ja aber dann aber dann verraten ja wieder unsere position ja 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 und ich glaube ein feindlicher heli ist auch über uns der könnte von mir das sein dies nach das ist ein roter ist hier oben denn ich habe gerade auch schon markiert unidat kram ist immer lila ja schon gleich sehen und den heli nicht gerade ich höre ihn nur und da ist er meiner von den unidaten auf der auf der karte die karte aufmacht ist ja auch die punkte dieses bewegen ja ich habe ihn auch markiert den heli also der generator ist komme ich definitiv drin weil der pfeil ist auch im berg ja das denke ich auch oh heatmap datenanzeigen das wusste ich ja noch gar nicht du kannst auf der karte auch jetzt hitze daten anzeigen lassen ja hier nacht sich gerät und werbebildkamera kannst du auch hier vorne ist ja gerade irgendwer bei mir in der nähe hier vorne sind stehen zwei stück abseits die könnte man jetzt sehr gut einer rechts einer links ich bohre mir mal ganz kurz unseren heli aus ich will mal was überprüfen ja mach immer siehst du die da gerade außer stehen zwei stück der heli der landet glaube ich jetzt gerade da drin irgendwo wo das überfliegt sommer hast du die linke oder den rechten wegen mir können wir ja gut dann ich hoffe jetzt immer gejagt schnell stückchen zurück und dann noch mal warten da 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 und immer kommen noch mal kurz eine runde ab hier die kommen gerade zu die runde so wird noch mal jetzt ewig herumstehen ist auch scheiße wartet mal kurz ich komme zu euch ja ja hier sind noch ein paar auf der suche die konnten wir jetzt so nach und nach hier machen gerade welchen plateau seid ihr denn noch da unten genau ja ja hier könnte ich gerade drei drei stück machen wir sind sowieso alarmierung gejagt gerade kommt kommt man zu mir hier also natürlich ist er direkt im kampf oder natürlich nicht ja auch ziemlich warte mal so bin drin ja ich warte nur noch auf die mädels wie lange waren wir eigentlich heute machen bis sieben ja sieben und halb acht rum ja ja fast wir haben jetzt viertel nach sechs das passt dann kann ich gleich noch rüber kochen ja kann ich noch ein bisschen überlegen was ich koche das ist der feindliche ja ja ich fliege mal weg vielleicht sieht er uns nicht ich glaube der hat uns nicht gemerkt nein nein sieht nicht so aus gut so da hinten brennt es schon wieder ok gut nur so nebenbei marcus du bist bewaffnet mit dem meli ja 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 aber du willst von da rein hier ist ein hintereingang sozusagen ja alles klar mal gucken vielleicht haben wir ja hier mehr glück na ja wie muss es ja gehen weil da schicken wir die drohne da muss irgendwo muss hier einer sein wahrscheinlich oberhalb oder ohne da oben ist einer ok hast du den siehst du den ja ja ich war zu einer dran ich bin stück weggegangen keine sorge ja da ist aber auch nur der eine warte dann habe ich ja hier ist auch gerade nichts rot die scheinen alle glaube ich gerade auf der anderen seite beschäftigt zu sein ja könnte aber versuchen den scheinwerfer den laufsprecher da auszuschalten da kommt der heli mal hinlegen oder sieht es glaube ich nicht mein alles gut doch doch ja doch der sieht er sieht einen irgendeinen sieht er jetzt ist vorbei ok kommst du oben auf den turm ja kündig ich bin ja gerade an den lkws ich gucke mal ob ich irgendwie den laufsprecher ausschalten kann so ich bin oben auf dem turm wo der eine laufsprecher ist ausgeschaltet da unten ist eine tankstelle ist der munitionskiste ich suche immer noch nach dem generat ich glaube der ist da unten da wo der gerne direkt ist er muss da irgendwo sein ja ich sehe nur einen typen jetzt ein scharf hier doch noch da noch eine da noch eine ich versuche immer von hier ein bisschen anzuschleichen da noch einer oder da unten ist auch alleine den könnte ich kriegen habe ich dann habe ich gekriegt da kommt der heli wieder da unten ist noch ein gegner habe ich markiert also auch wenn es noch nicht perfekt ist es ist auf jeden fall schon mal taktischer was wir hier machen ja ich versuche man den am heli zu kriegen ja ja muss in ordnung ja wenn er möglich ist er ist schon weg der fliegt doch noch oder nicht nein am heli der 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 ich habe schon ich versuche den heli zu kriegen ich bin runtergefallen ich bin runtergefallen also lebst noch alles noch gut ich lebe noch ja ja hier hinten scheint auch noch einer zu sein ich versuche mal von hier hinten dran ich gucke mal hier oben sind irgendwo jetzt oder was oder sowas ich gucke ob ich das nicht markieren kann ja hier habe ich nachschubes markiert sehr gut da unten ist auch noch einer den krieg ich glaube ja auch ich werde mal kurz meine fertigkeitspunkt ja weiße der ist der ist der moment ich muss ja mal kurz risiko eingehen das tut mir sehr leid das war ich das tut mir leid bleibt mal schön in deckung da oben ich sehe die geben noch gesagt jetzt kommt ja wieder die salamiert ja ich höre alarm glaube ich er war so der der war so stark bepanzert der typ das hat man von oben nicht gesehen aber wenn wir vielleicht hier oben mal ein bisschen in deckung bleiben dann beruhigen die sich vielleicht auch wieder die kommen aber jetzt hoch gerannt kommen so hoch ja habe ich gesehen gerade eben dass da welche ich sehe die wolke ich schicke mal eben die drohne versucht die mal zu markieren rechts ist eine runde markiert da ist einer 1 das sind drei stück das geht noch der ist tot der rechts da kommt aber noch einer sehr gut leute ich bräuchte ich müsste an die munitions kiste unten dran ich habe keine muni mehr für meine schalldämpferwaffe jetzt kommt der mörser zum einsatz oder die munition ist mich jetzt erwischt aber da ist die gegner direkt vor mir ach du bist unten ja ist ja noch einer den hat käft glaube ich nicht erwischt muss halt unbedingt zur munition ich habe nur noch eine schrottflinde die bringt mir ja nicht viel da muss aber noch einer sein bei euch da oben oder sich hinter dem ding rum der könnte jetzt oben auftauchen wird hier oben wahrscheinlich irgendwo sein oder das ist der heli bei oben beschlechtung was rum was ist eigentlich die glühbirne das sind suchscheinwerfer das sind diese strahler dinge da da oben werden irgendwo noch welche sein ja ach guck mal die wir haben hilfe gekriegt auf die karte ein scharfschützer hat mich kurz gesehen kommt runter gerannt ist diese scheiße muni box da irgendwer sieht mich hier ich weiß nicht mehr scharfschützen habe ich erschossen ok wer sieht mich scheiße man ich bin gleich auch tot so ich bin ich bin deckung mensch leg dich doch mal hin da unten ist auch noch einer hallo mein freund so alter davon und packt aber einer rum hier wo ich jetzt bin ich weiß nicht ob er das gerade auf der karte sehen könnt ich bin gerade mit kämpfen beschäftigt ich war schon ich war schon dran haben wir schon geholt ne hier ist eine waffenkiste mit scharfschützengewehr drin zum ausrüsten ach so ok nur zur info oh scheiße man ich war kurz noch vor den generator auszumachen steht noch so ein typ da doch zum mäuse melken nicht so jetzt aber hier schnauze voll jetzt hier macht das ding jetzt aus und gut ist sehr gut das sieht wohl doch ein bisschen besser aus als vorher ja ich renne da hinten mal schnell hin ich holte mal eben ich rede immer mit einem da gefangenen ach so wir wollen herausfinden was mit den leuten passiert die in san mateo verschwinden so jetzt haben wir einen namen wir brauchen mehr die gefangenen haben auch alle waffen die werden uns jetzt helfen ja das ist erklärbar im prinzip ist man nur noch weg hier ja da hinten kommen da ganz viele so nehmen uns doch einfach ein auto und dann machen uns die weg oder würde ich auch sagen sonst ein problem hier haben wir mit mg drauf haben wir mit mg drauf wo bist du denn da ok keine male da oder quer freundlich candy das ist ja beim minimum noch ein gegner irgendwo naja da kommen wir dran vorbei jetzt wenn wir da herfahren was hat das motorrad der getan der ist schon tot der eine zeit ist noch einer kommt gleich noch einer irgendwo jetzt einfach mal kurz in die richtung fahren da war ich komme zu euch doch abzug irgendwoher kommt was ich weiß jetzt nicht so das gefängnis haben wir jetzt hinter uns und das letzte mal schön bleiben da oben ich fahre jetzt einfach mal erstmal in irgendeine richtung weg die ruhig für da noch eine mystery mission oder hier unten und da war so rechts und die tat haben uns zum glück nicht bemerkt sehr unauffällig gefahren das ist viens so du w 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